Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas für einen Podcast Episode 191. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Woche habe ich gemerkt, dass ich, weiß auch nicht, musste ein bisschen kürzer treten. Ich war irgendwie, bin ich Dienstagmorgen wach geworden und stand so ein bisschen neben mir. Es war alles irgendwie merkwürdig. Und also nicht, dass ich mich irgendwie, dass ich mich irgendwie krank gefühlt hätte oder, keine Ahnung, ich kam nicht so richtig hoch. Ich kam nicht in Gang den Morgen und habe dann ziemlich spontan eigentlich dann gesagt, ja komm, ich bleibe zu Hause und pflege mich mal. Und das war tatsächlich genau die richtige Entscheidung. Es war irgendwie, keine Ahnung, ob ich da irgendwas ausgebrütet habe, was dann eben durch ein bisschen mehr Schlafen sich erledigt hat. Ich kann es nicht einschätzen. Es war im Wesentlichen dann aber erledigt. Also es war ein Tag, wo ich irgendwie zweimal Mittagsschläfchen gemacht habe. Ich habe dann mir sehr viel Zeit für mich genommen, habe im Haus ein bisschen rumgetüdelt, aber eben sehr, sehr entspannt. Ein bisschen Netflix geguckt. Dann war ich irgendwann mal im Laufe des Tages draußen, habe mir beim Bäcker was geholt und erst als mir die Verkäuferin aus 15 Metern Entfernung nachrief, dass ich noch bezahlen muss, habe ich gemerkt, da war ja was. Also das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ich habe die Gelegenheit genutzt und habe eine unfassbar gute Bolognese-Soße gekocht nach dem Rezept von Sven Menke vom Culinary Cast. Den habe ich durch Zufall, wie war denn das? Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das kann ich nicht mehr sagen, aber ich habe irgendwie in den Podcast Nachricht 1 hereingehört, wo er zu Gast war und wo sie also zwei Stunden lang eine Bolognese-Soße gekocht haben. Ich kann das ja nicht. Ich habe versucht reinzuhören. Ich kann Koch-Podcasts nicht hören, ohne dabei selber furchtbar Kohldampf zu kriegen und dann selber was zu essen und dann fertigen zu müssen. Und entsprechend habe ich also nur einen Anfang gehört, wo er von Sprach irgendwie sein Bolognese-Rezept, was er im Blog hat, dass er das eben mit Beinscheibe verfeinert hat und das da irgendwie, wie sie es machen würden, bla bla bla. Und das habe ich dann halt gedacht, ja, alles klar, das ist mein Ding und bin also einkaufen gefahren hier zu meinem Stammmetzger in Husum am Marktplatz, habe Beinfleisch geholt und noch ein bisschen Schweinehack und dann eben die anderen Zutaten eingekauft im Supermarkt und habe das alles zusammengerührt. Das Ganze, also die Zubereitungszeit selber, also das Schnippeln und alles, bis alles im Topf war, hat locker eine Dreiviertelstunde gedauert und dann nochmal drei Stunden stand der Kram auf dem Herd. Das war schon ziemlich amtlich alles, aber es hat sich gelohnt. Also diese Beinscheibe hat dem Ganzen richtig, richtig Geschmack gegeben, weil es ist ja noch so ein Stück Knochen mit dabei, den man dann auch gleich mit auskochen kann. Das Fleisch selber ist sehr aromatisch und es wird butterweich und das schmeckte richtig, richtig gut. Hat jetzt für mich alleine irgendwie auch drei Tage gereicht, dass ich davon essen konnte. Das war richtig gut. Brauchte ich mich die ganze Woche nicht mehr ums Abendessen kümmern. Ich kriege auch schon gleich wieder, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das kann ich nur empfehlen. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Und wenn ihr da ein bisschen resilienter seid, was Leute angeht, die beim Podcasten kochen, dann kann ich euch auch die Folge von Nachricht 1 empfehlen, die ich ebenfalls verlinkt habe. Ja und Stichwort Essen. Wir haben am Freitag, als meine Frau von der Fortbildung kam, abends so auf dem Sofa gesessen und gesagt, was wird es denn zu essen geben? Und hatten irgendwie nicht so richtig Bock und hatten eigentlich auch nichts da und haben gesagt, ja komm, bevor wir jetzt hier irgendwie rumhühnern und in Husum uns was suchen, mit dem wir so halbglücklich sind, setzen wir uns ins Auto und fahren zum nächsten Inder. Weil wir so ewig lange nicht mehr Indisch gegessen hatten, nämlich seit unserem Besuch bei der Elbphilharmonie nicht mehr und der nächste Inder ist in Flensburg und da kennen wir nun Leute, die wir dann auch angerufen haben und haben gesagt, Leute, wir sind auf dem Weg nach Flensburg, was macht ihr? Wir wollen zum Inder, kommt doch mit dazu. Und die wollten selber gerade kochen, kamen gerade vom Einkaufen und waren gerade mit Schnippeln beschäftigt und haben gesagt, ja eigentlich habt ihr recht, haben alles stehen und liegen lassen und dann waren wir, also man fährt von hier aus 35 Minuten nach Flensburg und dann haben wir uns da getroffen mit Freunden, die wir schon ewig nicht mehr gesehen hatten, mit denen wir vor allem, also halt mal auf einer Party, aber da kommst du auch irgendwie nicht so richtig zueinander, weil das Haus dann voll ist. Und da haben wir einen richtig tollen Abend verbracht, das war sehr, sehr spontan und sehr, sehr cool und hat einen Mordspaß gemacht und vor allen Dingen, es klappt einfach, habe ich gemerkt, besser, sich von jetzt auf gleich spontan zu verabreden, als wenn man irgendwie anfängt, Termine zu machen. Weil, wenn ich jetzt sagen sollte, wann ist mein nächster freier Tag, na gut, das ist dann irgendwie, könnte irgendwie Ende März klappen, besser April und da weiß ich es dann auch noch nicht so ganz genau, könnte sein, dass da noch was dazwischen kommt, weil die Arbeit ruft oder irgendwas. Und an einem Tag, wo ich sowieso dann irgendwie oder wo wir dann frei haben, einfach jemanden anrufen und sagen, hey, habt ihr nicht auch frei, lasst uns doch mal was machen. Das war, das war ziemlich cool. Und ich glaube, ich werde mich jetzt häufiger so verabreden. Wir waren in Flensburg im Punjab-Restaurant, das ist in der Alten Husumer, am Alten Husumer Weg, verlinke ich euch, die haben nur eine Facebook-Seite und sonst nichts. Und sehr, sehr gutes Essen, ich mochte das gerne und es gab noch ein kleines Kommunikationsmalheur. Der Kellner hat uns alle nach unserer Bestellung auch gleich gefragt, wie scharf wir das Essen haben möchten. Und meine Frau ist jemand, die mag überhaupt gar kein scharfes Essen und sie hat gesagt, sie möchte ihr Essen in nicht scharf. Und der arme Kellner hat verstanden, indisch scharf. Und wir haben uns, also ich habe mich für einen kurzen Moment gewundert, als er gefragt hat, ob ich mein Essen auch scharf möchte. Und ich habe mich dann noch mal für einen kurzen Moment gewundert, als er zusätzlich zum Essen ihr noch ein kleines Töpfchen Chilisoße hingestellt hat und niemandem sonst. Und ja, da hat sie irgendwie zwei Löffel gegessen und wir haben dann reihumprobiert, das war wirklich höllisch, höllisch scharf. Und dann ist sie halt hingegangen und hat gesagt, du, verzeihen Sie bitte. Und er sagt, wir haben doch gesagt, indisch scharf. Und er sagt, nee, nicht scharf. Und das tat beiden wahnsinnig leid. Ja, also wir haben wieder was gelernt, dass es einfach schlauer ist zu sagen, ich möchte mein Essen mild. Denn das verstehen die Leute auf jeden Fall, beziehungsweise da gibt es kein Risiko für ein Kommunikationsmalheur. Und gestern Abend waren wir dann noch auch ziemlich spontan im Theater in Kiel, im Theater im Werftpark, haben wir uns Karten geklickt für eine Veranstaltung, eine Produktion, die heißt Männer, schwitzende Männer im Schuhgeschäft. Und das sind einfach drei Typen, die auf der Bühne stehen und über ihr Mannsein sprechen, um die Vorreiterrolle auf der Bühne kämpfen, um Deutungshoheiten streiten und die singen und tanzen und Star Wars Szenen nachspielen und so weiter. Alles sehr, sehr wild mit so einem leichten Hang zur Übertreibung und die Dame, die neben mir saß, also wir hatten relativ spät uns dafür entschieden, haben erst wirklich am Samstagmorgen die Karten gekauft und da waren halt nicht mehr so viele Plätze frei, deswegen saßen wir nicht zusammen. Und die Dame, die neben mir saß, die hat die ganze Zeit nicht einmal gelacht und die hat die ganze Zeit nicht einmal applaudiert. Und als auf der Bühne jemand sagt, die haben dann irgendwie so einen ganz kruden Anfang gehabt, wo sie irgendwie dann nacheinander alle dreimal kurz für ein paar Minuten auf der Bühne waren und so gesagt haben, wie sie sich den Anfang eines Theaterstücks vorstellen und das eben nicht so als klassisches Theaterstück, sondern es war halt so ein bisschen, sollte halt wirken wie improvisiert, hast du dann deutlich gemerkt, war es nicht, ist aber auch scheißegal. Jedenfalls war dann einer, der sagte, man muss die Erwartung des Publikums so weit wie möglich runtersetzen und fast ein bisschen enttäuschen, damit man dann drauf aufbauen kann. Sagt sie so halblaut, das mit dem Enttäuschen hat ja schon mal geklappt und da war halt das Stück noch keine vier Minuten alt und so ging das den ganzen Abend. Die ganze Zeit saß sie neben mir und sagte irgendwie zu ihrer Freundin oder was sie dabei war, wie kann man denn über sowas laut lachen? Das ist jetzt doch scheiße. Und er hat da die ganze Zeit nur so rumgemöppert, es war eine Kacke. Und das hat mich dann irgendwann auch so runtergezogen, dass ich dann auch irgendwann gedacht, naja gut, das ist ja wirklich übertrieben, aber es ist ja Quatsch. Das hat mir ja gefallen, ich hatte ja Spaß, aber hat mich da so ein bisschen mitreißen lassen von mir. Naja, im Endeffekt hatten wir einen mordsmäßig spannenden, spaßigen Abend und das war super und waren so gegen halb elf, habe ich dann im Bett gelegen, nicht etwa in Husum, sondern in Kiel, denn heute Morgen war viel zu früh Dienst. Und das haben wir jetzt auch noch hinter uns gebracht, von sieben bis zwölf habe ich gearbeitet. Das war sehr ereignislos, wie ein Sonntag halt manchmal ist. Und dann sind wir jetzt eben nach Hause gefahren und ich war doch ein bisschen, ich habe, als wir losgefahren sind, habe ich noch gesagt, ja, ich könnte auch fahren, aber ich habe nichts dagegen. Zu meiner Frau sage ich, wenn du fährst und wir waren noch nicht richtig aus Kiel draußen, habe ich gesagt, ach du, ich mache mal so ein bisschen die Augen zu. Und als ich das nächste Mal wieder aufgemacht habe, waren wir schon in Husum, was normalerweise im Auto mir nicht so gut gelingt, dass ich da eine ganze Stunde verschlafe. Aber hat sich, hat sich wohl gelohnt. Naja, und jetzt werde ich mal schnell hier alles fertig schneiden am Podcast und dann in die Küche gehen, denn es gibt noch eine Gemüsesuppe zu kochen für heute. Denn wir sollen ja auch noch irgendwie was Warmes im Bauch kriegen und nachher ist ja auch noch wieder Tanzkurs und, und, und. Also ich muss mich ein bisschen ranhalten. Insofern vielen Dank fürs Zuhören dieser Kurzfolge hier und macht euch eine wunderbare Woche. Achtet auf euch und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Er sinnvolles Zuhören. Ja. 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 Ja.